So, wir sind Station 2. Wir sind in Hamburg angekommen. Nigra macht ja gerade alles kaputt, aber ich bin nicht besser. Ich mache ja auch total mit dem Stab alles Mögliche kaputt. Habe aber schon ein bisschen Werbung gemacht und gesagt, dass die Leute hier zu unserer Con kommen und ein paar Flyer ausgelegt und das wird ganz toll. Und da ist meine Freundin. Das ist eine Katze, ne? Nein, überhaupt nicht. Was bist du? Ich bin ein außerirdisches Kätzchen. Ein außerirdisches Kätzchen. Und da ist der Joker. So, wir sehen uns dann, weiß ich nicht, in der Stadt. Thomas Riedi, oder? Nein, doch.